Heute möchte ich euch zeigen eine der besten Übungen für Rücken. Die Rudel mit Stichstanke. Ich mach lieber ohne Griff, nur einfach mit Druckhilfe. Der letzte Satz, 127,5 Kilo. Die Stichkakt wiederholen muss ich mal jetzt. Die Stichkakt wiederholen muss ich mal wiederholen. Das war sein Dropsatz. Lauf mir sehr effektiv. Gut ist es.